13. Hier liegt mir ein Änderungsantrag AfD vor, der eingebracht werden kann. Dann beginnt in der Fraktionsrunde die FDP. Sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträte, liebe Zuschauer, was wir heute mit der Änderung dieser Mietspielgesatzung hier beschließen sollen, ist ein Skandal. Es ist der Versuch im Zuge der Mietspielerhebung gleichzeitig auch noch die Stadtkasse aufzubessern. Nämlich durch diejenigen Bürger, die bewusst oder unbewusst nicht auf den Umfragebogen der Landeshauptstadt Dresden reagieren, der sehr detailliert abfragt, wie ihre Privaträume ausgestattet sind und was sie in ihren Wohnungen so an Einrichtungen drinstehen haben. Diese Dresdner sollen zukünftig, wenn sie nicht auf diese Umfrage reagieren, ein Bußgeld von bis zu 5.000 Euro auferlegt bekommen. Möglich macht das ein Gesetz der Bundesregierung. Dies ist gesagt, dass zukünftig auch Kleinstädte ab 50.000 Einwohnern ein Mietspiel zu erstellen haben. Dass es bei einer Einwohnerzahl von 50.000 Einwohnern schwierig wird, die notwendige statistische Stichprobenzahl zu erreichen, ist offensichtlich. Denn 50.000 Einwohner kann durchaus bedeuten, dass es in dieser Kleinstädte nur 20.000 Haushalte gibt. Wenn dann auch noch die Hälfte oder sogar mehr dieser Haushalte im selbstgenutzten Wohneigentum wohnen, wird es dann schwierig, auf freiwilliger Basis genügend Antworten von Mietern zu bekommen, um einen Mietspiegel erstmalig erstellen zu können. Deshalb hat der Bundesgesetzgeber diesen Kommunen die Möglichkeit an die Hand gegeben, mittels Bußgeldern zu gewährleisten, dass auch diese Kleinstädte die statistisch notwendige Anzahl an Antworten bekommen können. Das finde ich jetzt persönlich zwar nicht gut, ist aber zumindest in sich schlüssig und auch nachvollziehbar. Die Landeshauptstadt Dresden ist aber keine 50.000 Einwohner Stadt. Die Landeshauptstadt Dresden erstellt zudem bereits seit über 20 Jahren nicht nur Mietspiegel, sondern sogar qualifizierte Mietspiegel. Dresden hat also gar nicht den Handlungsdruck, hier irgendetwas anders zu machen als bisher. Zur letzten Umfrage hat man in Dresden rund 16.000 zufällig ausgewählte Haushalte angeschrieben und hat 4.600 Antworten bekommen. Die Anzahl an Antworten ist zur Erstellung eines qualifizierten Mietspieges vollkommen ausreichend gewesen. Dresden braucht diese Bußgelder nicht, um qualifizierte Mietspiegel erstellen zu können und schon gar nicht, um einen Mietspiegel erstellen zu können. Zudem wurde ja von der Verwaltung auch in den Ausschussbereitungen geäußert, dass man im Zuge der Einführung von Bußgeldern darauf hofft, einfach nur weniger anschreiben zu müssen. Das heißt, diese Einführung von Bußgeldern wird auch nicht dazu führen, dass die Qualität des Mietspieges besser wird. Man möchte sich einfach nur etwas Aufwand sparen. Wir können uns sicher sein, dass es auch weiterhin genug Dresdner geben wird, die nicht antworten werden, weil sie diesen Fragebogen als schwerwiegenden Eingriff in ihre Privatsphäre wahrnehmen und lieber eine Strafe zahlen, anstatt sich ihre heiligste Privatsphäre mit irgendwelchen anonymen Verwaltungsmitarbeitern zu teilen. Letztendlich hofft man im Rathaus auf diesem Weg auf eine weitere Einnahmequelle. Auf verfassungsrechtlich halte ich die Erhebung von Strafgeldern infolge einer Nichtantwort auf eine stichprobenartige Umfrage für bedenklich. Stellen wir uns mal vor, da gibt es ein Mietshaus mit sechs Wohnungen, also sechs Mietparteien, von denen einer diesen Fragebogen erhält. Dieser Mieter beantwortet diesen Fragebogen nicht. Er bekommt dann also ein Bußgeld, obwohl er sich genauso verhalten hat wie alle anderen fünf Mietparteien auch. Wo bleibt da der Gleichbehandlungsgrundsatz? Und was ist bei einem derartigen Antwortzwang mit dem Recht auf informelle Selbstbestimmung? Um diese rechtlichen Unschärfen und auch die Notwendigkeit des Erlasses von Bußgeldern in Dresden zukünftig zu vermeiden, haben wir diesen Änderungsantrag eingebracht. § 238 des EBGB sagt, wenn Vermieter oder Mieter nicht auf den Fragebogen zur Erstellung eines qualifizierten Mietspiegels antworten, sind diese mit einem Bußgeld zu belegen. Für die Erstellung eines einfachen Mietspiegels gibt es diese Bußgeldpflicht nicht. Ob ein Mietspiegel aber am Ende ein einfacher oder ein qualifizierter Mietspiegel ist, ist einzig und allein von der Anzahl der Antworten abhängig. Es ist nicht abhängig von der Begriffsdefinition der Satzung. Die Idee des Antrags ist es deshalb, den Begriff qualifiziert aus der Satzung zu streichen, um so die Notwendigkeit von Bußgeldern zu vermeiden bzw. zu umgehen. Darüber hinaus führt die Stadtverwaltung auch weiterhin die Umfragen bloß, wie es bisher der Fall war, und erhält auch auf Grundlage der Antworten die benötigte Datenmenge, um einen qualifizierten Mietspiegel auch weiterhin erstellen zu können, wie es bereits seit 20 Jahren der Fall ist. Der Stadtrat steht jetzt hier also vor der Wahl. Der Verwaltungsvorlage unverändert zuzustimmen und damit die Dresdner Bürger immer stärker zu belasten und in die Privatsphäre hunderttausender Menschen in Dresden einzugreifen oder aber unserem Änderungsantrag zuzustimmen und damit den Dresdnern die Freiheit zu lassen, selbst zu entscheiden, welche Daten sie von sich preisgeben wollen und welche nicht. Ich bitte um Zustimmung. Vielen Dank. Dann beginnen wir jetzt mit der Fraktionsrunde, Herr Blödener, und dann wäre in der nächsten Reihenfolge noch einmal auf D dran, falls gewünscht. Herr Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, Erlass der Satzung der Landeshauptstadt zur Durchführung einer Kommunalstatistik zwecks qualifizierten Mietspiegel. Kurz vorneweg, wir lehnen die Satzung ab. Der Entwurf ist mal wieder ein Beispiel, warum die Landeshauptstadt scheinbar zu viele Mitarbeiter hat, denen offensichtlich zu viel Arbeitszeit zur Verfügung steht, um unsinniges Papier zu produzieren. Warum? Es ist alles dazu im Bundesgesetz geregelt. In anderen Bundesländern haben die Kommunen in der Regel gar keine Satzung zum Mietspiegel. In Sachsen gibt es wohl diese Satzung, weil wohl die sächsische Datenschutzbeauftragte darauf besteht, dass zumindest in Satzungen festgelegt werden, dass ein qualifizierter Mietspiegel erstellt wird. Im Ausschuss hatte ich dann nachgefragt, ob nicht dann der Einzeiler ausreichen würde, die Stadt Dresden erstellt einen qualifizierten Mietspiegel. Punkt. Die Antwort hätte man machen können. Stattdessen haben wir jetzt hier wieder drei Seiten vorliegen, die alles unnötige Diskussionen verursachen, alles klein, klein regeln, obwohl wir ein Bundesgesetz haben, an das wir uns zu halten haben. Es wäre schön, wenn man da verwaltungsseitig zukünftig mal darauf achten würde, dass wir nur die Sachen machen, die notwendig sind. Das erspart uns hier jede Menge Arbeit. Deswegen würden wir das hier an der Stelle so ablehnen. Dankeschön. Dann wäre als nächstes AfD-Fraktion. AfD nochmal. Dann machen wir weiter. Grünen-Fraktion. Nicht. Doch, Herr Löser, bitte. Ich würde nur kurz von hier was sagen. Ich würde die Verwaltung nochmal bitten, zu erklären, warum man diesen qualifizierten Mietspiegel braucht. Denn es ist ja ganz entscheidend, dass man diesen hat, also ich sage es jetzt selber, aber bitte darum, das nochmal auch von Verwaltungsseite darzustellen, um eine Mietpreisbremse zum Beispiel einzuführen. Und die AfD hat ja hier im Vorfeld versucht, gehörig Stimmung zu machen in dieser Stadt und auch dieses wichtige Instrument des Mietspiegels zu diskreditieren, indem sie also fingierte Briefe rumgeschickt hat mit der Aufforderung, Mietspiegel hier sozusagen vorzulegen oder zurückzuschicken und ansonsten eben viel, viel Strafe zu zahlen. Wir haben im Ausschuss das ja auch schon diskutiert. Und auch da bitte ich die Verwaltung mal darzustellen, ob denn dieser sehr hohe Betrag, den der Bund hier vorschreibt, überhaupt in Betrachtung käme. Und es wird dann sicher die Antwort sein, das ist nicht so. Und ich will ganz klar sagen, die AfD benutzt dieses Instrument, um ihr Stimmung zu machen gegen dieses wichtige mietenpolitische Vergleichsinstrument. Und das passt zu ihrer ganzen asozialen Haltung, was den sozialen Wohnungsbau insgesamt angeht. Okay, würden wir dann zum Abschluss vor der Abstimmung machen, dass Frau Dr. Kaufmann da nochmal die Stellungnahme der Verwaltung bringt. Jetzt machen wir weiter CDU-Fraktion. Herr Dr. Braunswinner. Herr Erster Bürgermeister, meine Damen und Herren, das, was Herr Lazinski hier gesagt hat, ist für mich wieder ein typisches Zeichen, wie es nicht sein darf und wie es nicht gehen kann. Freiheit und Verantwortung sind zwei Seiten derselben Medaille. Sie reden immer von Freiheit, aber dass Freiheit auch Verantwortung bedeutet, das negieren Sie. Und das ist erbärmlich. Und das ist das, einer der wesentlichen Kritikpunkte und auch der verfassungsrechtliche Kritikpunkt an Ihrer Partei. Warum gibt es denn den Mietspiegel? Wozu ist er denn da? Es ist ein Instrument, dass man die Mieten seitens der Vermieter nicht zügellos ins Unermessliche treiben kann, sondern es ist eine Frage, sich an der Umfrage hier zu beteiligen, zu einem Mietspiegel, ein Akt der Solidarität mit anderen, die eine Mieterhöhung zu erwarten haben, zu sagen, es gibt hier etwas für den Vermieter, wo ich sagen kann, nein, in der Höhe darfst du nicht erhöhen. Darum geht es doch. Und diese Solidarität, die sollte von Mietern gegenüber den anderen Mietern einfach aufgebracht werden. Und daran sollte man appellieren. Es ist ein Akt der Solidarität, sich an dieser Umfrage zu beteiligen. Und es ist in der Tat, dass es überhaupt eines solchen Gesetzes notwendig machen muss. Das ist das eigentlich Erbärmliche. Wir sollten mehr, wer Verantwortung hat. Und ich rede nochmal von Verantwortung. Der sollte sich seiner sozialen Verantwortung auch verpflichtet sein. Und diese Fragen anonym einfach auch zu geben. So geht es nicht. Ohne Freiheit, ohne Verantwortung gibt es nicht. Und solange Sie das nicht begreifen, sind Sie eine verfassungsfeindliche Partei und gehören zu Recht beobachtet und nicht nur das. Vielen Dank. Wir machen weiter. Linke Fraktion, Frau Bargow, bitte. Sehr geehrter Herr erster Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren. Zunächst einmal zum Mietspiegel allgemein. Mietspiegel ist ein Instrument aus der Wohnungspolitik und es ist ein Instrument, es ist Fluch und Segen zugleich. Fluch ist der Mietspiegel, weil er das häufigste Instrument ist für Mieterhöhungen. VermieterInnen können den Mietspiegel zum Anlass nehmen, um die Miete nach oben anzupassen. Und das ist tatsächlich auch die häufigste Art, die passiert, um Mieten zu erhöhen. Außerdem ist es ebenfalls ein Fluch, weil der Mietspiegel keineswegs eine Durchschnittsmiete darstellt, wie es ja das Wort ja irgendwie so ein bisschen suggeriert, sondern eben nur diejenigen Mietpreise abbildet, die entweder in den letzten Jahren verändert wurden, sprich erhöht wurden, oder neu vermietete Wohnungen. Das heißt, es ist quasi ein Schnitt von erhöhten Mieten und von neuen Mieten. Die ganzen Bestandsmieten, die in aller Regel deutlich niedriger sind, die werden hier nicht mit einberechnet. Und deswegen ist der Mietspiegel insgesamt auch immer oberhalb der Durchschnittsmieten. Deswegen ist es ja auch oft ein Instrument, um eben Mieten nach oben zu erhöhen. Dennoch ist es auch ein Segen, denn der Mietspiegel ist genauso notwendig für die Mieterinnen, dass sie nämlich einschätzen können, erstens, ob die angemotete Miete in Ordnung ist von einer neuen Wohnung oder ob auch eine Erhöhung angemessen ist oder nicht. Gäbe es nämlich keine Mietspiegel, dann müssen die Mieterinnen selber drei Vergleichswohnungen auftreiben, was immer äußerst schwierig ist. Das heißt, die Mieterinnen hätten eine deutlich größere Aufgabe, eben einen Mieterhöhungsverlangen abzuwenden. Das ist deutlich komplizierter und die meisten würden sich das wahrscheinlich auch gar nicht trauen. Das ist auch ein langwieriger Prozess. Das heißt, insgesamt braucht man einen Mietspiegel, weil er gibt einfach Sicherheit, vor allen Dingen Mieterinnen. Trotzdem, ich hatte es benannt, ist es insgesamt ein Instrument, was ganz grundlegend reformbedürftig wäre. Denn es bräuchte endlich mal eine Änderung auf Bundesebene, also zum Schutz der Mieterinnen an der Stelle vor allen Dingen, dass eben nicht nur die in den letzten Jahren erhöhten Mieten einfließen, sondern dass man einfach Durchschnittsmieten nimmt. Ja, die gesetzliche Änderung, die jetzt stattgefunden hat, hat verschiedene Folgen, die für Dresden eigentlich vor allen Dingen in dem Bereich der Mitteilungspflicht relevant sind. Die Stadt Dresden hat mittlerweile den 13. Mietspiegel rausgebracht. Alle zwei Jahre wird der Mietspiegel fortgeschrieben bzw. erneuert. Das heißt, wir machen das sowieso schon. Kleinere Städte müssen mit dieser Gesetzesänderung, die gekommen ist, einen Mietspiegel erstellen. Aber die Auskunftspflicht, das wurde schon angesprochen, die wurde jetzt eingeführt. Bis dato wurden die Haushalte befragt und konnten dann selber entscheiden, ob sie antworten oder nicht. In den letzten Jahren, wie gesagt, den 13. Mietspiegel haben wir schon, haben stets ausreichend Haushalte mitgemacht. Das heißt, es ist überhaupt nicht notwendig, jetzt hier eine Verpflichtung einzuführen. In der Satzung ist entsprechend der bundesgesetzlichen Vorgabe auch ein Bußgeld verhängt, das man reinschreiben muss. Weil wenn es die gesetzliche Pflicht gibt, ist es zwingend auch dann in solchen Satzungen eben ein Bußgeld zu verorten. Ich frage mich, was soll das hier an der Stelle tatsächlich? Aber das ist etwas, was wir auf Dresdner Ebene eben nicht in der Hand haben, sondern was durch diese bundesgesetzliche Änderung gekommen ist. Die Frage, ob wir jetzt hier, wie die AfD das Vorschlag, einen einfachen oder qualifizierten Mietspiegel einführen sollten, ist aber keineswegs banal. Denn ein einfacher Mietspiegel ist viel leichter angreifbar. Aber das passiert auch. Deswegen hat in Deutschland jede Großstadt einen qualifizierten Mietspiegel. Weil das ist der nach wissenschaftlichen Standards mit Befragungen erhobene Mietspiegel, der gerichtsfest ist. Wenn man so einen qualifizierten Mietspiegel nicht hat, dann ist die Gefahr groß. Und das zeigt auch die Realität. Genau das passiert ja auch. Dass eben dann in der Regel von Vermieterinnen-Seite aus dagegen geklagt wird. Und am Ende dann letztendlich gar nichts gilt. Und die, die im Regen stehen, sind in aller Regel dann die Mieterinnen. Ja, insgesamt könnte man sich natürlich noch fragen, warum Leute nicht teilgenommen haben, die in der letzten Zeit nicht teilgenommen haben. Da würde ich mal behaupten, dass bei vielen das auch gar keine böse Absicht war, sondern dass wir vielleicht gar nicht genau verstanden haben, worum es jetzt hier gerade geht. Oder auch irgendwie keine Zeit hatten, das auszufüllen. Oder wie auch immer. Da wäre hier aus unseren Augen eine Aufklärungskampagne viel sinnvoller, als bundesgesetzlich vorzuschreiben, dass es eine Auskunftspflicht gibt, die dann auch ein Bußgeld nach sich zieht. Aber, wie gesagt, das ist keine Entscheidung in Dresden, sondern die wurde eben mit dem neuen Gesetz getroffen. Wir werden der Satzung zustimmen, denn, ich hatte es ausgeführt, einen Mitspiegel zu haben, ist besser, als keinen zu haben. Dann machen wir weiter. SPD-Fraktion, Herr Drehs. Nein? Dann sehe ich keine weiteren Wortmeldungen. Mehr doch. Herr Latzynski, bitte. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, angesichts der hier getätigten Aussagen möchte ich Sie doch noch einmal das Richtige stellen, was wir mit unserem Antrag hier bezwecken. Es ist in keinster Weise so, dass wir in irgendeiner Form den Mietspiegel infrage stellen. Den Mietspiegel gibt es die ganze Zeit schon in Dresden und wir wollen, dass ihn auch weiterhin gibt, wie es ihn bisher gab. Wir haben in Dresden einen qualifizierten Mietspiegel und die einzige Maßgabe für diesen qualifizierten Mietspiegel ist, dass es genügend Rückläufer gibt. Wir haben auch in Dresden genügend Haushalte, die angeschrieben werden können, dass auch genügend Rückläufer zustande kommen. Was wir natürlich hier vermeiden wollen, ist, dass sich die Stadt Aufwand spart, indem sie weniger Anfragen rausschickt und dann aber durch Zwang dafür sorgt, dass die, die angeschrieben werden, in jedem Fall auch antworten müssen. Denn das hat nichts mit Solidarität zu tun. Solidarität ist immer freiwillig, was für seine Gesellschaft beiträgt. Das, was Sie hier benennen, Herr Dr. Trauns, ist Bußgeld, bewährte Solidarität. Das ist Zwang. Und wenn derjenige Ihrer Meinung nach, der sich gegen die Ausübung von Zwang ausspricht, jetzt verfassungsfeindlich ist, ist das eher ein Problem der CDU und nicht der AfD. Vielen Dank. So, dann schaue ich nochmal in die Runde. Ich sehe niemanden mehr. Da würde ich sagen, wir schließen die Rednerliste auch ab. Und Frau Dr. Kaufmann würde nochmal Stellung nehmen und dann würden wir zur Abstimmung kommen. Frau Dr. Kaufmann, bitte. Ja, vielen Dank. Auch wieder hier eine heiße Debatte. Es wurde bereits gesagt, wir haben schon Erfahrung mit dem Mietspiegel. Wir sind hier in der 13. Runde. Wir haben seit mehreren Jahren einen qualifizierten Mietspiegel. Ein qualifizierter Mietspiegel wird nach anerkannten wissenschaftlichen Grundsätzen erstellt. Wir haben damit ein Forschungsinstitut, was einen Regressionsmietspiegel und keinen Tabellenmietspiegel mit uns gemeinsam erarbeitet. Ein Regressionsmietspiegel benötigt weitaus mehr, weitaus weniger Daten, um valide und gesicherte Erkenntnisse für uns zu erbringen. Weil auch in den letzten Jahren die Bereitschaft der Bürgerinnen und Bürger weniger wurde, sich bei Befragungen zu beteiligen. Um einen qualifizierten Mietspiegel indes zu erstellen, benötigt man eine repräsentative Stichprobe. Und insofern sind Bürgerinnen und Bürger aufgefordert, hier zu antworten. Der Gesetzgeber hat nunmehr eine neue Gesetzgebung bundesweit erlassen, in dem eine Pflicht der Beantwortung, wenn durch eine Kommune eine Mietspiegelerhebung durchgeführt werden soll, gegeben ist. Und ja, auch Ordnungswidrigkeiten sind damit verbunden, wenn keine Antwort erfolgt. Insofern begeben wir uns hier auf Bundesgesetzebene und setzen diese kommunal um. Der qualifizierte Mietspiegel ist für uns wichtig, auch das wurde schon gesagt. Weil er eben verlässlich die Mieten spiegelt und von Partnern anerkannt wird, die da heißen Haus und Grund, Mieterverein, Genossenschaften, große Wohnungsunternehmen wie die Vonovia. So dass also hier eine Rechtssicherheit gegeben ist, die es uns ermöglicht, so wenig als möglich Rechtsstreitigkeiten in der Stadt zu haben. Das ist ein Wert an sich. Insofern erheben wir alle zwei Jahre den Mietspiegel und dieser Bestand ist auch für uns wichtig, um valide Daten zu haben, wie sich die Preisentwicklung, die Mietentwicklung in der Stadt gestaltet, um Knappheitstendenzen ableiten zu können, um auch schlussendlich die Kosten der Unterkunft gemeinsam dann später mit der kommunalen Bürgerumfrage zu ermöglichen. Insofern, auch wenn hier lokal Änderungen und Streichungen von Paragrafen des Bundesgesetzes vorgenommen werden, arbeiten wir hier mit einer Pflicht nach Weisungsaufgabe und werden es dennoch durchsetzen. Die konkrete Frage von Ihnen, Kollege Löser, werden wir 5.000 Euro einnehmen und zurück auf Losgehen und unsere Säckel in der Stadt füllen. Natürlich werden wir das nicht. Das muss Ihnen, das ist uns klar. Aber es ist ein bis zu. Wir haben Bürgerinnen und Bürger angeschrieben. Es gibt auch erste Rückmeldungen. Bürgerinnen, die sich melden, weil sie zu alt sind, weil sie überfordert sind, weil sie die Sprache nicht sprechen. Das ist ein Grund, weswegen man sich nicht bei der Befragung beteiligen muss. Eine Ordnungswidrigkeit in anderen Städten, die schon erhoben würde, ist zwischen 40 und 90 Euro in Abhängigkeit der Schwere des Falls im Sinne von der Verweigerungspraxis des einzelnen Bürgers. Wir werden hier so wenig wie möglich Geld natürlich aktivieren. Wir haben ein Interesse daran, dass die Beteiligung an einer validen Datengrundlage durch die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt entsteht, damit wir einen rechtssicheren, einen guten, einen qualifizierten Mietspiegel gemeinsam erarbeiten können. Vielen Dank. Okay, dann kommen wir zur Abstimmung. Ich würde zuerst den Änderungsantrag AfD abstimmen. Wenn er keine Mehrheit bekommt, würden wir uns mit dem federführenden Ausschussbericht beschäftigen. Deshalb rufe ich jetzt den Änderungsantrag AfD auf. Wer hier seine Zustimmung geben kann, bitte ich um das Stimmzeichen. Der hat mit 13 Jahren 52 9 0 Enthaltungen keine Mehrheit gefunden. Und deswegen rufe ich jetzt den federführenden Ausschussbericht auf. Wer hier seine Zustimmung geben kann, bitte ich um das Stimmzeichen. Dieser hat mit 43 Ja, 21 Nein, 1 Enthaltungen die Mehrheit bekommen. Wir haben es jetzt 21.51 Uhr. Ich denke, die Straßenmusik sollten wir uns um die Zeit jetzt nie antun. Deshalb schlage ich vor, dass wir an Feierabend gehen. Bis morgen. Schönen Abend. Schönen Abend. Schönen Abend.